Das ist der Kian, das ist der Daniel, der Kian fährt heute nach Malmö. So, der Daniel auch. Was da so alles Schönes passiert, das seht ihr jetzt. Malmö, die Baser mit Roy Republic, Wetter 17 Grad und Sonne. Jetzt nur noch duschen und ich bin Fan. So, hallo, wir sind Notcoijings und befinden uns hier gerade, ähm, Uptown, irgendwo in Malmö. Malmö ist sonnig. 16 Grad, gefühlte 20. Malmö ist schön. Malmö hat schön, ähm... Hat Zäune. Hat Zäune und schöne Tore, einfach so. Und überall haben sich so ein Wasserspielchen und alle sehen nett aus und freundlich. Okay, er guckt jetzt ein bisschen grimmig, aber sogar die grimmig guckenden Leute gucken irgendwie freundlich. We get 220 crowds, sowas wie 30 Euro. Wir sind Stockhol, Mitz. Das sieht ganz schön schön aus. Und ich frage mich ernsthaft, also wenn man mal guckt, komm mal mit. Komm mit. Der ist mit dem Bus da vorne rückwärts runtergefahren. So, wir gehen jetzt duschen und um da hinzukommen, müssen wir erstmal durch die Stadt laufen, weil das ist, glaube ich, irgendeine Jugendherberge oder so. Aber wir geben nicht auf. Wir werden duschen finden. Wasser. Die Quelle allen Lebens bleibt Notcoijings nicht verwehrt. Der ist mit dem Bus da vorne rückwärts. Notcoijings ist der Geisterband der Jevet. Ja, gut, Mann. Wunderbar. Hallo, wir sind gerade angekommen in Oslo. Und hier ist es leider nicht so sonnig wie in Schweden. Oh. Und es ist auch ein bisschen kühler und so. Da ist einfach so eine Lüse. Ja, wir haben noch eine Stunde bis zum Get-In, bis die Türen sich öffnen. Und ja, wir gucken uns einfach mal die Stadt an hier zuerst mal. Auch wieder ein bisschen Matan im Spiel, wenn ich mal. Nur ein bisschen Matan. Und hier ist es leider nicht so. Und hier gibt's auch noch ein bisschen matan. So, ich kann mich mal nachdem. Ich kann mich aber auch mal mit. Aber nicht so. Was soll ich? Sind ja hier sind alle? Hier gibt's jemanden. Ich kann mich mal leben. Ich kann mich mal sehen. Hallo. Untertitelung des ZDF, 2020